Fabian Hampel ist da, Rugby-Spieler. Herzlich willkommen. Für Sie geht es in Anführungsstrichen nur um den Rugby-Pokal. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage? Die Ausgangslage für Samstag ist gut, würde ich sagen. Wir sind gut vorbereitet. Wir waren dieses Jahr zweimal schon gegen Pforzheim auf dem Feld, haben beide Spiele gewinnen können. Pokalfinale ist zwar immer, würde ich sagen, sehr, sehr ausgeglichen, also 50-50. Aber wir sind doch selbstbewusst genug, um dieses Spiel auch gewinnen zu wollen. Stichwort Länderspiel am Samstag, das zweite Highlight. Was dürfen die Zuschauer da erwarten und was ist Ihr Tipp? Wie geht es aus? Ja, man hat natürlich mit Samoa einen riesengroßen Gegner hier in Deutschland und die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Samoa. Aber ich denke auch schon, dass wir in Deutschland uns ganz gut verkaufen können und da, wenn wir einen perfekten Tag haben, auch wirklich ein gutes Ergebnis erzielen können, vielleicht sogar auch einen Sieg erringen können. Die Zuschauer dürfen sich natürlich auf den Kriegstanz der Samoaner freuen. Ich denke, das ist eine absolute Seltenheit im Rugby. Speziell, das machen sonst auch nur die Neuseeländer. Und ich denke, wenn man sowas mal live sehen kann, ist das ein riesen Highlight für jeden Zuschauer. Samoa also eine relativ große Rugby-Nation. Wie sieht das in Deutschland aus? Welchen Stellenwert hat der Sport hier? Ja, in Deutschland ist es, seit es olympisch ist, würde ich sagen, sind wir auf einem wachsenden Fundament gebaut mittlerweile. Und es wächst, aber natürlich haben wir noch lange nicht den Stellenwert, wie es beispielsweise in Frankreich oder England ist. Aber ich denke, wenn wir in Zukunft weiter Konsequenzen daran arbeiten, denke ich, können wir uns weiter vergrößern und vielleicht auch irgendwann mal von einer WM teilmachen und träumen und da auch vielleicht mitspielen. Wenn wir jetzt Zuschauer haben, die sagen, Mensch, spannender Sport, hatte ich so noch gar nicht auf der Kette. Haben Sie Bedarf, darf man vorbeikommen? Absolut. Das ist das Schöne am Rugby-Sport, würde ich sagen. Eigentlich ist es für jedermann, sei es kräftige Kinder, sei es große Kinder, sei es schnelle Kinder. Wir haben eigentlich auf allen Positionen oder besser gesagt, für jede Körpergröße haben wir eine perfekte Position im Rugby. Deswegen ist es, würde ich sagen, für jeden Typ Mensch der perfekte Sport. Vielleicht hat da jetzt jemand Lust bekommen. Absolut. Wir drücken aber erstmal die Daumen für Samstag. Vielen Dank, gerne. Danke für Ihren Besuch.